So, das ist die Skizze hier der neuen Turbine, um jetzt erstmal die größten Änderungen vorzustellen. Hier das Gehäuse ist deutlich größer geworden im Durchmesser, wegen der Brennkammer angepasst. Die Brennkammer wird deutlich größer gemacht. Ansonsten bei der hinteren Achsenhaltung halten wir das System eigentlich gleich, bis auf, dass jetzt die Brennkammer nicht vorne mit dem Diffusor verschraubt wird, sondern die Brennkammer wird jetzt hinten mit dem Lagersitz verschraubt. Und dann jetzt läuft die Spritzzufuhr durch den Diffusor durch, sprich, wir haben hier einen Keilschaufeldiffusor. Was jetzt hier noch fehlt in der Skizze, ist die Ölzufuhr. Die Lager, die wir besorgt haben, müssen dauerhaft Kerosinölfilm besprüht werden. Das ist jetzt noch nicht eingezeichnet, das wird aber ähnlich, während wir hier Rohre verlegen, die dann auch durch die Keilschaufeldiffusorblätter dann vorne rausgeleitet werden. Turbinenblatt und Stator sind dieselben wie bei der letzten Turbine. Die müssen wir nicht mehr neu machen, das ist wirklich sehr gut, weil das ist ein großer Aufwand. Die Achse wurde auch ein bisschen dicker gemacht, um da für mehr Sicherheit zu sorgen. Noch ein Wort zu der Brennkammer und der Spriteinleitung. Jetzt wird der Sprit nicht einfach über Röhrchen hier in die Brennkammer gesprüht, sondern hier mit so einem Hakenrohr umgleitet. Das Ganze wird dann durch ein anderes Rohr geschützt. Und das sorgt für mehr Verwirbelungen in der Brennkammer, für eine bessere Durchmischung und sollte dann dementsprechend auch für eine bessere Verbrennung sorgen. So, jetzt schauen wir uns mal den Diffusor an. Da haben wir hier eine kleine Zeichnung. Wie gesagt, das ist jetzt ein frontaler Querschnitt von diesem Teil her. Und wie gesagt, man sieht halt hier diese Keilschaufeln, die jetzt hier im Raum angeordnet sind. Es war sehr schwer, diese Winkel rauszufinden. Da sind wir uns noch nicht 100% sicher, aber wir haben da Näherung oder ich sag mal Vergleichswerte von anderen Triebwerken herangezogen. Außerdem ist der Spalt jetzt zwischen Diffusor und Gehäuse deutlich kleiner geworden. Der war wahrscheinlich bei der alten Turbine viel zu groß. So, das hier ist das Kompressorrad. Das ist komplett aus dem Vollen gefräst. Dann zum Gehäuse, das ist hier ein Edelstahlrohr, was wir abgedreht haben, außen, innen ausgedreht haben. Ist noch nicht ganz fertig, deswegen ist hier auch noch hinten so ein Holzding drin, damit man das überhaupt drehen kann. Dann zu unserem nächsten großen Teil. Das hier ist der Diffusor. Wie gesagt, man sieht hier die Keilschaufeln und hier die Leitschaufeln. Das Verdichterrad kommt dann hier rein und wird hier seine Arbeit verrichten. Das Ganze sieht, wie ich schon finde, deutlich besser aus als bei der alten Turbine. So wird das Ganze ungefähr aussehen. Natürlich noch mit Deckel, Achse und so weiter. Aber das sind die ersten Teile, wie wir es jetzt haben. Es ist noch nicht so viel, aber es ist einfach sauviel Arbeit. Allein bei dem Diffusor hier, wir mussten alles erstmal drehen. Das ist aus dem vollen Stück gemacht. Dann wurden hier die Keilschaufeln rausgefräst. Dann mussten die Nuten für die Leitschaufeln hier oben rausgefräst werden. Dann mussten wir die, haben wir Blech gebogen, eingeklebt und dieses Blech wurde dann wieder, dann wurde das ganze Teil wieder eingespannt und alles wurde außen abgedreht. Hier in diesen Lagersitz kommen natürlich die Kugellager. Die haben dieselbe Größe wie am letzten Mal. Immer noch 608. Hier haben wir die Kugellager, die reinkommen werden. Das sind Kugellager für hohe Umdrehungen bis 120.000 oder höher. Sind mit Keramikkugeln und Keramikkäfig. Also wie gesagt, das sind jetzt erstmal die ersten Teile, die wir haben. Es ist noch nicht sehr viel, aber es wird langsam Form annehmen. Ja, bleibt dran. Vielen Dank.